Die Alpaitel Ach, ich zähle! Ah! Alle! Jetzt sind ich fertig! Ich zähle zu Mr. Bartler. Die Klagelein steckt. Herr Lumpi kommt, ey, lieber den Klagelein ist spät. Oder wie? Nur wo denn? Ich möchte Herrn Bartler. Ich selber. Und nun der Boss bekommt geplanten Schwestern. Alle anderen. Perlein! Na! Was gibt's denn Gutes für den Größten, Besten und Unresprächt mit einer Kleine? Wir haben knusprige Hühnerflügel mit Älpselflügel. Älpselflügel. Klaustlugel mit der Sauelad. Sauelad. Na, Balfeldtolkne. Na, Balfeldtolkne. Alles aus. Null Bohnen. Null Bohnen. Also Mist, hä? Null Bohnen hast du heute? Sag ich doch Mist! Nein Mistel! Null Bohnen! Hä? Aber Sally, du weißt doch, die Chinesen können kein R sprechen. Null Bohnen! Null Bohnen! Was denn? Irgendwas stimmt nicht! Hä? Nein! Wegen dem Holzklagen! Ach! Ah! 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 Du hast gesagt, Lee. Zuerst passt du auf und ich klage. Und dann klage ich und du passt auf, hä? Nein, 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 nein. Ich habe gesagt. Zu elf passe ich auf und du klickst. Hä? Dann klickst du und ich pass auf. Ah! Klopfte! Irgendetwas stimmt nicht! Ich leide mich und blieb es heute hinter! Minili! Hinsichtlich! Scheib! Hinsichtlich! Puh! Kör! Hinsichtlich! Kör! Nein, nein, nein. Ich weiß nicht! Hinsichtlich! Du hast dich! Du hast dich ja? Du hast dich! Hm! Ich hab dich dich! Häh? Ja! Und Löffel, hier ist es in Luft! Und Löffel! Hier ist es in Luft, alle weg! Der Tiefe des Fußabdrucks zufolge ließ er sich verschätzen. Der Tiefe des Fußabdrucks? Na, dann warte mal auf! Was sagt denn das? Haha! Ihr habt ein Loch im Stiefel. Ja, ich habe ein Loch im Stiefel. Aber welchen? Du, ich habe ein Loch im Stiefel? Sag mal, Grinhorn, ihr seid ganz schön gerissen, ne? Woher habt ihr denn all dieses Wissen, hm? Habe ich gelesen in meinem kleinen Büchlein. Hast du gelesen? Wahrscheinlich steht auch drinnen, wie man einen Bär mit einem Zahnstocher ermolzt. Genau. Grinhorn, ihr hattet es bis zum Namen. Aber nein, du kannst bei Gelegenheit einen Blick in mein Büchlein werfen. Sag mal, warum? Wir lesen alles nicht so. Hm. Hier, Riemer. Aber nun lass uns zurück ins Lager. Wir müssen Rattle im Auge behalten. Ja, ja. Der Tiefe des Fußabdrucks. Hm. Ha! Ich habe es gewohnt, Grinhorn. Ich habe es abgenommen. Ha, 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 ha. Sag mal, Grinhorn. Aber es wäre besser, sie zu können. Ui, ik, 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 w유� Ich will nicht! Ich will nicht! Ich will nicht, Baby! Nein! Vielleicht sind es Freunde von Selten. Und wenn nicht, werden Sie die gute Koyoke gewinnen. Damit auch. Ha! Also! Unglaublich! Da wollte doch das Kion dann seinen Frehern verschenken. Das ist nicht so was. Hilfe! Bisschen Hoffmann! Hilfe! Ja, ja! Ich wünsche mir auch einen schönen Tag. Also! Was auch was? Hilfe! Dabei hat man in seine Schlage richtig gesprochen. Mit Leuten in Bisschen Hoffmann! Hilfe! Ja, ja! Geh nicht zu! Ich bin gefesselt! Kann man euch nicht einen Aufbring erlassen? Macht ihr nicht ein Kion! Ja, ja, ja! Bravo! Ja! Ja! Wohin soll denn die Reise gehen, Sam? Ich brauche noch ein paar Kreuzer für das Bärenbulasch, für das Gringhorn. Meine Großmutter hat ein sehr gutes Rezept für einen Bären, für den Eisbären. Allerdings muss er den Kalt zubehalten. Was? Eisbär? Kalt? Dich? Zu mir einen Gefallen? Saufreden. Ein Gesang! Dynamit! Rote Stöcke! Machen wir Sorgen! Meistert, mach mir Sorgen! Große Sorgen, Brudel! Was hat er nur mit dem Dynamit vor? Wem hat du Leistungsskistole? Den guten Leistungsskistole. Mit dem Dynamit kann er eine Menge Leute ins Jenseits befördern. Du kriegst den Leistungsskistole mit ihren Blattern, Elmolde? Was? Die hat gesagt, dass du den Leistungsskistole mit ihren Blattern, Elmolde, die... Ach, achtet doch ihr zwei. Ein halt, Idioten. Nicht so fast, dass die Leute nicht gelesen. Nicht aufhellen. Und was ist für die Licht? Welche? Aber, da meinte ich... Welche? Wie kann man so gescheuert sein und alle deine Söhne... Wie? Lachst du zu... Die Leibkappe, die hat die Los heute geknungen. Wenn ich nicht... Dann lage ich euch mit nach China. Nichts, Mann! Sag mal, was ist denn das hier für ein Krachverflug normal? Ich klicke ihn nicht hoch. Ich auch nicht, mein Freund. Dann lagen wir ihn. Verflug normal. Wo war das jetzt? Dick? Will? Hier geht's rein. Da, da. Sieht alles gleich aus. Verflug noch mal. Dieser gelbe Käse und lauter schwarze Lecker. Ich versuch's mal hier. Meine Presse. Dick? Will? Erse? Natürlich der letzte schwarze Torheit. Ich werd's für ihn. Dreh hoch. Ich hab' ja gesagt, keine dumme Alten. Was meinst du's denn? Das sieht doch ein blinder Ader. Das ist ja ein bisschen so bei der Ohren verliebt sein. Ist sie nicht wundervoll, sie? Ja. Sie ist ja so wundervoll. Aber Schluss mit diesem liebesbeschuldigen. Jetzt heißt es, diese Banditen einzufangen. Ich habe da schon einen Plan gerichtet worden. Hier. Das darf doch nicht wahr sein. Verflug. Aber jetzt. Dick? Will? Was ist denn los? Ah, da wollen wir. Komm mit. Ich hab was zu besprechen. Also. Wochen mal machst du mir das nicht. Das kann doch nicht sein. Nichts zu glauben. Jetzt weiß ich, warum die Chinesen so kleine Augen haben. Aber jetzt mach ich's auf die höfliche Tour. Ja. Ja. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ja, schon gut. Schon gut, schon gut, schon gut, schon gut, schon gut, schon gut, schon gut. Das ist ein schnuckeliges Apachenhäschen. Ha, ha, ha. Dick? Dick? Will? Zum letzten Mal hier greifen. Nichts zu glauben. Das ist ein schnuckeliges Apachenhäschen.